Servus ihr Leute, da sind wir schon wieder mit... ...Minecraft Survival Games! Und ihr sehn... ...ich hab... ...mein eigener Skin, ich hab original Minecraft... ...spiel aber trotzdem noch im Cricket Server... ...ist euch jetzt egal, dabei ist natürlich... ...de Zelda Gamer, also der Mario Gamer... ...und die Nuss! Und ich würd sagen, ich mach mal ein bisschen Muck im Hintergrund auch. Warum schlagen die mich an? Ich hab keine Ahnung... ...die wollen Kinder mit mir... ...pfff... ...nommen... ...aber nicht wieder in der Spawn-Renne... ...oder in die Kiste-Spawn-Dinger... ...ne... ...deine Kiste vorne, weil du kriegst mir gar nichts... ...okay... Oh mein Gott... ...wir sind eigentlich von so nebeneinander... ...aus mit Raudi... Raudu... ...da ist Mario... ...und da ist die Nuss... ...wo geh man überhaupt hin, in welche Richtung? ...doh hinnaus, würd ich sagen... ...gott... ...okay... ...170 FPS hab ich gut... ...das ist mir so reich... ... ich glaub das wären dann 50 die Eben... ...und das ist so 175 runtergezogen... ...und da wäre... ...fünf... ...drei... ...zwo... ...eins... ...go!!! Alle im Floh, hinterher! Schlag den zusammen, nimmts! Oh Gott! Ähm, ja! Wo bist du, Markus? Da, immer noch! Hallo! An der Treppe! Ja, da! Ah, da, hast du ja! Oh, Mampfe! Komm, Moment, du kennst nahe, irgendwo kriegst du's hin! Der Dicke kriegt wieder das Essen, das war ja klar! So, ich hab ne, ich hab ne Holzachs für dich, Markus Dass du dich verteidiger kannst Was sagst du? Ich hab, äh, Holzschmerz, auch nicht besser Bisschen besser, aber jetzt auch nicht Da ist an der Fax! Wo? Achso, da, ja! Warte, Sascha! Warte, Scheiße! Sascha! Da, nimm du noch das Goldschwert! Da, nice! Da, ich hab noch, äh, Lederstiegel! Ah, cool! Ja, also, ich hab 17er, äh, Apple Mh Also, wenn die Leute das jetzt hören Im Hintergrund, ja Da läuft grad Mucke Geil die Mucke, die hab ich mir einfach runtergeladen Weil ich einfach Puck drauf hab Und das wird ein großes Minecraft-Projekt, auch gesagt Also, was heißt auch gesagt, werde ich auch benutzt Äh, Markus, brauchst du Gold? Oh, ne, du brauchst Gold, dann Äh, Sascha, Schuh Äh, LOL Ah, das sind keine Kistern Die sehen da aus wie Kistern Wir sind... Wenn wir auf einem anderen Server aus Äh, sind Donsens Kistern Naja, ja Spitzamekt gehen raus, oder? Ja, auf, komm Das Haus, da haben wir uns jetzt schon zu lange drin aufgehalten So, die Kistern schon Die Mistage sind ja Habe ich dir Goldschwert gegabst, Sascha? Ja Warum hab ich noch ein Goldschwert in der Hand? Vielleicht hat er noch eins getrotzt Okay, da waren wir schon Okay, da waren wir schon Na gut Danke, danke Pfff Das mal bis er überall blicken kann Die Maps sind rein, ne? Nee, nicht rein Hä, die hab ich noch nie zuvor gehabt Ja, ich auch noch mal Gehen wir doch vorhin das große Gebäude nennen Ja, können wir machen Müssen wir aber vorsichtig sein, vielleicht sneaken So Gibt du was drin? Oh, ja Ja Wir brauchen noch Lederschuhe Oh, keiner Ja, mehr Hand Hand Ich hab aber Spinnenweber Du kannst eh nicht setzen Ach, doch, kann man jetzt setzen Ja Du kannst wieder setzen Kuchen Hab ich auch noch instecken Komm, aber wenn man alles setzen kann, dann ist geil Wart mal, kommt man doch nicht nennen? Ja, das sieht das los schon drin Aber du hast ja noch eine andere Ja, war schon jemand Du bist draußen Ja, da ist sogar jemand Der Creeper-Graf der Nächste Hier sind Goldhörner mit drin zuerst Hier ist nix Hier ist nix Ich komm raus Ich weiß Komm Oh, bisschen Oh, doch Ja Egal, Hopp Wirst du in der Dunien? Naja, ich bin der Dunien Das ist aber nix mehr Und over? Keine Ahnung, mach ich noch nicht Vorsichtig auch mal Weil das wär halt so'n Ding, wo uns uns runterballern kann Mit Pfeune Pfff Oh naja Mieser Pfff Guck mal wie unlogisch Voll unnötig Hoho Hoho Da vorne ist einer Der hat da alte Stierflämm Wohle der Hals Go 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der läuft um den Kreis und die andere Eck wieder Jetzt kommen wir Ja, ich bin runtergefallen, geil Ich bin runtergefallen Soll ich nur verfolgen, komm ich los nachher Ich bin grad ganz runtergefahren Ich komm gleich hoch Wenn ich weiß, wo ich hoch kann Ja, genau Da bin ich jetzt runtergefahren Da wolltest du immer wegscheißen, geh Ah, der hat jetzt ein Trank A Trank of Rabbids genommen Kann ich mir nicht Komm, wir gehen zum Flo Bevor wir Den wir nicht können Ja Ich bin kalt und vom Weg hier hin Aber ich glaub ich komm ne Oh doch Jetzt müsste ich grad Wollen wir aufwerfen Da ist einer, da bist du ja Ah Flo, ich seh dich Wo bist du? Na dir So, wir sind raus Äh So Die grad war Durch den Himmel kann ich doch viel Doch Flo Ja oder so Flo, hinter dir Ja Ich hab dir Goldschwert drin geschmissen So, hinter guck ich grad mal Ich hab Feierzeug gefunden Jetzt kann man die leider verbrennen Cool Denk ich mal, ich probier's Ja Alter Leute Alter Leute Was? Komm und woher? Ja, Moment Das ist noch eine Okay, schnell, die ist noch Äh Stellst du nach euch auf Ich behalte das Was ich jetzt hab Äh Ach du Ich hab zwei Stiefeln Nein, ich hab ja einen Ich hab auch einen Ich brauch nur noch Stiefeln Helm hab ich ja, Eisenhelm Den hab ich grad gefunden, wo ich runtergefallen bin Äh, ist Goldhelm besser als äh... Nein, Käthe ist besser Nein, Käthe ist besser Okay, okay Würde ich sogar von... Ja, würde ich fast sagen, Käthe ist glaub ich besser Ja, Käthe ist besser Ja Da ist ein Boot Da waren wir doch schon mit Kannst du nicht Auf dem Boot? Ja Ja Hängen gebliebt? Da ist noch alles voll mit in der Kiste Da sind sogar noch Lederhose drin Da hinten ist ein Gegner Wo? Und ein Wasser Der hat nämlich fast nix Wunderlich Äh, wenn wir... Ich hab ja Optifys... Sasuguschi, Alter, ich bin Etachi, ich muss ne killen Ich bin Etachi-Fan, ja? Bamm, da hinten ist auch noch aus dem Boot Vielleicht ist doch was Hat er auch... Hat er Gold, quasi? Nein, Markus muss... Markus muss... Jawohl, ich darf nicht gar ne killen, das hier, der Bruder Und dann erst recht Etachi hat ne, ja, beschütze wolle Ich geh jetzt auf Schiff Ich weiß nicht, was du magst DREILIGHT, DREILIGHT, DEREILIGHT 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 Ja, dann komm zurück Na gut, äh... Ihr kennt eigentlich Mithelfer und Schnetzler, aber okay, dann komm ich halt zurück Naja, ne... Ja, ne, wenn sie irgendwie, äh... Schwertophie Robrien haben, kennen sie super Schnetzler Ja, du hattest schon länger, ja Ja Ey, komm, Markus komm Ja, wo dann? Alles gut, doch, 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 doch Hintestes gut Hintestes gut Ah, nee, du... Achso, nee, doch, dass du das gemacht hast Ich hab irgendwann nur hinter der Wrenche rum, deswegen... Ja, ich hab Spinnenwege Ich hab blaufeierzeug Ich hab blaufeierzeug Oh, die hab ich schon den, äh... Oh, die hab ich schon den, äh... Oh, die hab ich schon den, äh... Hintestes gut Hintestes gut Na, wenn man so den Gefährd ist, der Mittelfingerzeit gekäbt Wurde ich's machen Da kommt mit der Angel Jetzt kommt er mit seinem Schwert Wo ist die Leiter? Wo kommt er denn hoch? Wo ist die Leiter? Weil... 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 Als Grupp validated Und... Weil... Weil... Individuell Oh, jetzt geht der extra durch H قال Dann... lifting eight E-hém Hängen geblieben Erh... Komm her, huh!? Ha? Ah, hm? Komm her, blablabla Sollen wir durch ihn abhauen, oder sagen wir noch weiter entrollen? Na, das ist nur durch Trollen, er tut ihre Pfeile verschießen, nicht mir Ich würde ihn gerne holen Nicht nur du Aber es wird schwer mit fast halbem Rüstungspunkt Oh, 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 oh Ist das wichtig? Der hat eine 4G Runde dabei, du magst die Runde, oder? Kommst du noch hoch, Marco? Noch nicht? Naja, der kommt doch nicht hoch Es ist weil ich ne... weil ich ne... Weil ich komme... Ja, der kommt, der kommt, der kommt Alter, fuck, mit seiner Ange Soll mal hochkommen Oh je Oh, fuck Oh, fuck Ja Ja Geil Ne, kann man, der kriege der Ange Ah, ja Ja, ich bin gleich tot Ja Ja, ich bin tot Genau Wie viele Pfeile hat denn der? Oh, wie ist das was? Der hat bestimmt Geld investiert Boah, ich muss recken, Alter Ich bin tot Er hat glaub ich um die 20 Pfeile gehabt Und das kann es nicht sehen Maximal hat man 10 Pfeile oder so Aber mehr an nicht Die anderen alle haben uns verschossen Das ist lächerlich Ja Naja, Flo, wo bist du dann? In der Meter Ah ja, da ist er ja Das hält der Gamer High Ich bin tot Warte, ja Sascha ist auch tot Warte mal auf ne Ich bin tot Der scheiß Beläufer war Naja, passiert Ah cool, ich hab sogar einen Pfeil im Auge Stecker Ah, da, ja Da ist die Nuss Naja, ähm Komm da da her Und der hat eine im Ohr steck Ähm Also Leute, ich würd sagen, falls es euch gefallen hat Los, ihr Däumchen, los, ihr vielleicht ein Abo Los, ihr konstruktive Kritik, was euch gefallen hat und was nicht Sorry Und teilt das Video auf Facebook Zeilt es zu euren Freunden Und teilt es zwar immer, jawoller In dem Sinne, werd ich es auch Bleibt freakisch Und servus Ciao